Musik Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von Wahrheit mit Klarheit, ein Souverän spricht Klartext und auch heute darf ich wieder Konstantin Haslauer alias Mr. Souverän bei uns im Studio begrüßen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast Konstantin. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Unser letztes Thema war, wir brauchen einen souveränen Bundespräsidenten. Heute sprechen wir über unsere Parteien. Sind die Parteien noch zeitgemäß? Der Bruch der Souveränität ist heute unser Thema. Es wird also spannend. Bevor wir dazu näher eingehen, sollten wir aber überhaupt einmal klären, was Parteien überhaupt sind und wie sie sich entwickelt haben. Du sagst selber, nur wenn man die Ursache hinter der Ursache kennt, wird eine Entscheidung zu den aktuellen Vorkommnissen denkbar einfach. Was meinst du konkret damit? Ja, das ist der geschichtliche Ansatz, den man hier finden muss. Die Grundlage einer Partei wäre ja eine Interessensvertretung. Und wenn man jetzt zurückschaut, die SPÖ hat sich ja gegründet, schon im 18. Jahrhundert mit Viktor Adler, der gemerkt hat, dass die monarchische Struktur den Bürger komplett einschränkt, so wie man es hat, das Kaiserreich. Man gibt halt einen Sold ab und der Kaiser sagt, um was es geht. Und schon da hat sich die SPÖ oder quasi die Sozialdemokratie gebildet, dass man den Bürger ein Recht zuspricht, ein Interesse. Ja, der Bürger hat ein Interesse, was dann gegenüber dem Kaiser vertreten wird. Wir haben die anderen Parteien, so wie die ÖVP, die schon seit 30 Jahren auch das Innenministerium führt. Das sind Strukturen, die die Wirtschaft vertreten. Und dann haben wir noch eine freiheitliche Partei und die haben sie alle nach dem Krieg eben gegründet. Teilweise natürlich auch aus dem Nationalsozialismus heraus, wo eben Menschen auch unter Druck waren, weil man das Wort darf man nicht in den Mund nehmen, finde ich eigentlich sehr schwach, weil das auch zu unserer Geschichte gehört. Also dort hat es auch schon Parteienstrukturen gegeben und Interessen. Und die Zusammenfassung der Parteiengruppe sollte den Bürger in ganz Österreich vertreten. Und da sind wir schon, dass eine Partei eigentlich eine Spaltung ist. Weil wenn ich jetzt FPÖ bin, kann ich nicht mehr SPÖ sein. Also am Stammtisch zum Beispiel, wer bist du? Konsern Hasler, ich bin bei FPÖ. Nein, das geht gar nicht, weil ich bin ein SPÖ. Das heißt, die Parteien spalten natürlich auf, obwohl sie ja im Parlament sogar zusammenarbeiten müssen. Machen sie auch nicht mehr. Und dadurch sind Parteien ein Spaltungsprozess und sind nicht mehr der Interesse geschuldet für den Bürger, sondern meines Erachtens ist es nur mehr Machterhalt und Ideologie. Und das hat sich sehr stark in dieser, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert entwickelt auch. Und mit den Konzernen zusammen haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, was Parteien jetzt wirklich sind. Und glaubst du, war es immer schon so oder war das in der Vergangenheit anders oder haben sich die Parteien da in die Richtung entwickelt? Die haben sich definitiv entwickelt, weil wenn man jetzt zurückschaut, der Bruno Kreisky kommt aus der Arbeitswelt, hat als erster, wie er angetreten ist, fast eine Mehrheit erlangt. Warum? Weil er beim Volk war. Jetzt kann man den Herrn Kickl hernehmen, ist der Einzige, der beim Volk ist. Das heißt, wenn man volksnah ist, wird man Interessen vertreten können. Und das hat sich verändert in Menschen, die nicht mehr im Volk stehen. Das sind die Elfenbeinturmbesitzer. Die sind im Elfenbeinturm, schauen runter, wo der Pöbel ist und sagen, okay, die müssen wir wieder ein bisschen stutzen in verschiedenen Formen. Das heißt, Volksnähe fehlt. Es gibt ja Berufspolitiker. Und ein Politiker, Politik ist auch ein wesentlicher Punkt. Politik heißt ja Prozess, Strukturen und Inhalte. Also es ist ein positives Wort, aber in unserer Sprachgefüge ein Politiker, das ist nur negativ. Der macht nur schlechte Dinge. Nein, die Politik ist gut. Die Menschen, die sie betreiben, die sind nicht immer gut. Da werfen wir ganz kurz einen Blick zu unserem Nachbarn nach Deutschland. Olaf Scholz, SPD-Kanzler, hat jüngst in einem Interview beim Time Magazine gesagt, man muss das Volk nicht zu ernst nehmen oder man darf das Volk nicht zu ernst nehmen. Was denkst du über solche Aussagen? Ja, dann sieht man, dass die monarchischen Strukturen immer noch wirken. Also der Herr Scholz meint, er ist der Kaiser von Deutschland und er hat das noch nicht abgelegt und diese Obrigkeitshörigkeit ist da. Aber nicht nur in Deutschland, wir haben das in Österreich auch. Der Herr Nehammer befindet sich auch in so einer Struktur, dass er eben den Pöbel, man kennt ja diese Chat in Österreich, das gibt es ja in Deutschland noch nicht. Die Untersuchungsausschüsse laufen dort noch nicht so wie bei uns. Aber der Bürger wird als Pöbel, als Untertan, als Leistungsbringer gesehen und er soll hoffentlich nicht viel essen, er soll nicht viel CO2 verstrahlen. Und so sehen die Politiker das. Und der Herr Scholz soll einmal zu den Bürgern gehen und soll ihnen das hautnah sagen. Die geballte Faust wird ihn manchmal treffen, das ist ganz klar. Also eine Katastrophe, wie man so als Angestellter des Bürgers, weil so ist es ja, mit den Menschen umgeht. Ja, wo gemerkt, kaum einer dieser hochrangigen Politiker traut sich noch ohne Personenschutz in die Menschenmassen sozusagen hinaus. Sie werden ja ausgepfiffen. Also der Herr Spahn, damals als Gesundheitsminister in Deutschland, auch der Herr Scholz ist ja bei seiner Wahlkampftur. Söder auch jüngst. Söder, ganz klar. Gut, der Söder hatte noch ganz andere Ansprüche. Er ist ja anscheinend doch noch im Nationalsozialismus angelangt, der Kaiser Söder. Er hat da ganz schwierige Aussagen getroffen bei dem letzten Interview. So quasi die Schwurbler und die Bürger sollen sich nicht so anstellen. Er hat das Sagen, Moment mal, er ist ein gewählter Funktionär und wir als der Souverän, den Herrn Söder auch bezahlen, also in Deutschland oder wir da in Österreich, wir sind ja die Auftraggeber und das Vertrauen ihm schenken. Und dieses Vertrauen müssen wir sukzessive wieder entziehen, dass sie zu Sinnen kommen. Und wenn wir das entzogen haben, dann können wir auch in diese Richtung wieder vertrauenswürdige Menschen an die Spitze bringen. Und das wird eine Zeit lang dauern. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Saga von Olaf Scholz. Man darf das Volk nicht zu ernst nehmen. Gleichzeitig bei den Wahlen sprechen sie schon wieder mit dem Volk. Und da wollen die Politiker dann schon wieder vom Volk ernst genommen werden. Und umgekehrt sollen die Politiker das Volk ernst nehmen. Aber das ist ein Widerspruch in sich, was er da gerade beim In Time Magazine gesagt hat. Definitiv. Wenn man jetzt schaut, er sagt, man darf sie nicht zu ernst nehmen, die Bürger. Und wie du sagst, bei den Wahlen alle vier Jahre oder fünf Jahre, je nach Zyklus in den verschiedenen Bundesländern, fragt man dann den Souverän. Aber gleichzeitig sagt man, auch zu meiner Person, ich bin ein Staatsverweigerer, weil ich souverän bin. Und alle vier Jahre gehen dann alle Staatsverweigerer wählen. Wie geht das? Also so sehen die das. Die wissen nicht, was sie sagen und sind so weit abgehoben. Und darum, ich rate den Bürgern, seid achsam und wachsam. Hört dazu. Nein, das ist eigentlich falsch. Hört hinein. Und projiziert das einmal auf euch. Ihr seid der Pöbel. Und wenn es jemand zu mir sagt, dann muss ich den Souverän entwickeln und sagen, okay, mit mir nicht. Konstantin, es herrscht ja seit Jahren in unserem Land eine sogenannte Politverdrossenheit. Die Menschen haben es satt, sich mit der Politik auseinanderzusetzen. Man merkt das ja auch immer bei den Wahlbeteiligungen, die ist relativ gering europaweit. Du hast in einer unserer letzten Sendungen gesagt, du gehst gar nicht mehr wählen. Wie kommt das dazu? Warum gehst du gar nicht mehr wählen? Ich gehe deswegen nicht mehr wählen, wobei das auch nicht 100 Prozent richtig ist. Man soll sich ja an den demokratischen Prozessen beteiligen. Ich habe aber schon in jungen Jahren gemerkt, dass diese Wahlversprechen der Politiker ja nur dazu da sind, dass sie eben Geld bekommen. Also jeder Politiker, der dann eine Wahlbeteiligung hat, bekommt ja, oder die Partei, nicht der Politiker, die Partei bekommt zwischen 1 Euro und 2,30 Euro. Das heißt, sobald er Geld bekommt, ist die Sache erledigt. Man sieht das jetzt auch bei der MFG. Es sind Revoluzzer gewesen, es haben sich sehr viele Menschen aufgemacht. Und man hat es dann, sobald man im Landtag ist, bekommt man seine Millionen, was auch immer, wie viele Stimmen das waren, Clubförderung, Parteiförderung und natürlich Akademieförderung. Es kommt Geld, es wird Steuergeld, werden die zugeschüttet. Ja, und so ist dann die Struktur, darum gehe ich nicht wählen, weil ich meine Stimme nicht abgebe, sondern sie erhebe, als souverän. Wenn man jetzt eine Stimme entziehen möchte, hilft aber mein Wirken nicht, weil ich gehe nicht wählen und meine Stimme wird trotzdem in Euro umgewandelt und wird zugeordnet. Also was kann ich jetzt tun, um die Struktur zu blockieren? Dann, ich wähle einerseits einmal das geringste Übel, dass ich sage, okay, die Widerstandskämpfer, FPÖ, MFG, die wähle ich, dass ich eben die Großparteien drücken kann. Und der zweite Punkt ist, ich gehe hin und mache eine ungültige Stimme. Also ich mache zwei Kreuze drauf, somit verfällt die Stimme und kann nicht mehr gewertet werden. Wir brauchen von den souveränen Bürgern einfach einen Druck, dass wir, weil wir die Politiker nicht abwählen können, hier Druck machen können. Jetzt sprichst du von diesen Alternativparteien. Gleichzeitig ist ja der Titel unserer heutigen Sendung. Sind die Parteien noch zeitgemäß? Die Frage stellt sich natürlich, sind diese Alternativparteien dann überhaupt noch zeitgemäß? Oder sind die eine Lösung überhaupt in weiterer Folge? Nein, denke ich nicht. Ich bringe immer wieder das Beispiel mit der Expertenregierung von der Bierlein. Unser Land wird regiert oder gesteuert von den Ministerien und von den Behörden. So, wenn jetzt diese Regimeträger da, diese Demokratie, die wie ein Theater abgespielt wird, zum Machterhalt dient, sind ja zwei Funktionäre sehr wichtig. Das ist der Bundespräsident und der Bürgermeister. Und wie wir das gesehen haben bei der Expertenregierung, erst wie die Expertenregierung da war, gab es das freie Spiel der Kräfte. Das heißt, alle Parteien im Parlament haben ja keine Regierung mehr, keine Mehrheit. Und wenn sie ein Gesetz durchbringen wollten, muss die FPÖ zur SPÖ gehen. Und die SPÖ muss sagen, ich will zwar den Kickl nicht, aber ich muss, weil sonst kriege ich mein Gesetz nicht durch. Also das wäre eigentlich die Zukunft. Ich spreche da von den, derzeit ist es wie bei den Gladiatoren in Rom. Sie bekriegen sich alle und vernichten sie auf Kosten der Bürger. Und wenn man das umdreht, wäre das ein freies Spiel der Kräfte. Wir haben die Parteien eventuell noch installiert, aber sie müssen für den Bürger arbeiten und sie müssen sich Mehrheiten suchen. Dann geht es wieder um die Sache. Das heißt, bevor wir Parteien wieder installieren, nach einem Zerfall der Regierung, würde ich die Expertenregierung machen lassen. Dann einmal alles säubern, Demokratie reparieren. Und dann setzt man souveräne Abgeordnete ein, die ihren Gewissen wieder folgen. So würde ich das machen. Und dann müssen sie untereinander Diskussionen führen und Ergebnisse bringen. Jetzt ist ein Streit. Also es gibt da nur Machterhalt und Geld. Ed Stadler von der ÖVP hat ja jüngst in einem Profilinterview gesagt, sie schließt von vorher hinein eine Koalition mit der FPÖ konsequent aus. Also das wird es nicht mehr geben in ihrer Sicht. Sie war selber dabei in der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung. Was denkst du über solche Äußerungen? Wir haben zuvor schon gesprochen, die ÖVP hat Stand 2017 600.000 Mitglieder, die SPÖ 180.000, die FPÖ 60.000 Mitglieder. Von den Wahlen jetzt abgesehen, wie viele Prozent die jeweilige Partei bekommt. Kann man das so sagen, dass man eine Partei gleich im Vorhinein ausschließt? Gar nicht. Wir sprechen einerseits von der Demokratie, das heißt ein Miteinander. Dann sprechen wir von einer Republik, Republika, eine öffentliche Darstellung der Zusammenarbeit. Und das, was jetzt passiert, ist ja ein hierarchisches oder monarchisches Verhalten, das ich sage, mit denen ja nicht. Das ist wie beim Ukraine-Krieg. Ich spreche mit Putin nicht nur mit Zelensky. Also einseitige Gespräche oder einseitige Strukturen kann man ja nicht nutzen. Weil es gibt ja ÖVP-Wähler und wenn man diese Wahlprogramme anschaut, alle haben alles drin. Aber alle richten sich, wenn man die ÖVP hernimmt, die ÖVP sagt, ich mache auch Soziales, aber so sozial, dass der Arbeitgeber noch mehr zahlen muss, beziehungsweise die Konzerne weniger zahlen muss. Und der Arbeitnehmer natürlich noch mehr die Konzerne unterstützen muss. Die SPÖ dreht das wieder um und sagt, ich Gewerkschaft einsetzen, ich mache das für den Bürger. Und ich mache natürlich auch was für die Wirtschaft. Machen Sie nicht, weil wenn die SPÖ an der Macht ist, haben wir schon gesehen, schrumpft das Ganze wieder, der Einfluss der Wirtschaft. Also es muss ein Miteinander sein und darum sage ich auch Parteien spalten. Das heißt ja Part, ein Teil davon. Und wenn ich jetzt sage, ich schließe was aus, das geht gar nicht. Martin Kocher von der ÖVP ist ja jetzt sogenannter Superminister. Er ist jetzt einerseits Arbeitsminister und gleichzeitig auch Wirtschaftsminister. Ja, eine Katastrophe. Wie passt das zusammen? Nein, das geht doch. Wir sehen jetzt gerade, was ich gesagt habe. Die ÖVP hat jetzt noch einen Schachzug gemacht, weil sie hat noch die Arbeitnehmer und Angestellten mit reingezogen. Und was wird der Kocher machen? Er wird seine Zahlen wälzen und sagt, der Mitarbeiter ist das teuerste Humankapital, das ich rausbringe. So, und dann wird gekürzt. Arbeitslosengeld, die Abgaben werden erhöht. Es werden gewisse Bonifikationen in den Firmen. Freie, weiß ich nicht, Obstkorben. Und es wird alles abgeschafft wieder, weil es kostet dem Unternehmen sehr viel. Und wir sind ja in einer Krise und da muss auch der Mitarbeiter bluten. Also nicht tragbar. Und immer, wie gesagt, gerade bei der Arbeitswelt, da gibt es seit links und rechts. Von da ist es ja entstanden, also links sind ja die Mitarbeiter, das war so eine U-Tafel, wo kommt links und rechts her. Also da sind die Mitarbeiter oder die Vertreter der Arbeitswelt gesessen. Auf der anderen Seite rechts von dieser Tafel sind die Wirtschaftstreibenden gesessen. Und da Mitte ein Moderator. Und da kommt links und rechts her. Also es hat nichts mit rechts, radikal. Und radikal ist ja auch wieder eine sehr wichtige Sache. Radikal heißt ja nichts anderes wie übersetzt radix die Wurzel. Ich muss ja radikal sein. Ich bin auch radikal, aber ich bin nicht extrem. Ich muss ja an die Wurzel gehen, um die Ursache hinter der Ursache zu erkennen. Dann kann ich entscheiden. Man darf auch extrem sein, extrem genau, extrem faktenbasiert, kann man auch sein. Schwachpolizei, das wird sicher ausgeschnitten. Ist man in gewisser Weise auch ein Extremist. Extremist, kann man ja auch in gewisser Weise sagen. Ganz kurz noch einmal zu deinen Ideen bezüglich den souveränen Vertretern dann im Nationalrat von den Parteien. Man hat ja den Eindruck, Politiker können sich alles erlauben. Steuergeld kann man hinaus pulfern, Ende nie. Offenbar müssen diese Menschen im Parlament keine Verantwortung darüber übernehmen, beziehungsweise nicht mit den nötigen Konsequenzen rechnen. Wie sieht das mit souveränen Abgeordneten aus? Müssen die in weiterer Folge, wenn sie sozusagen einen Fehler gemacht haben, dann auch mit den Konsequenzen rechnen? Definitiv. Die Behauptungen, die da draußen passieren, und jetzt sind wir wieder bei unserer Verfassung, wo wir die uns auch noch einmal genauer anschauen werden. In der Verfassung steht drin, dass alle Verstöße von politischen Funktionären strafrechtlich verfolgt werden müssen. So, was haben sich jetzt die Parteien oder die Regierenden aufgebaut? Schutzwalle. Die Staatsanwaltschaften sind Firewalls, also man kommt mit keiner Anzeige durch. Auch wenn man Beweise hat, es wird nicht mehr ermittelt. Wenn ich jetzt, so wie du sagst, auch das Steuergeld beim Fenster rausschmeiße und es liegt offen die Korruption, dann tritt ein Minister oder ein Abgeordneter zurück und es wird nicht mehr verfolgt. Die Staatsanwaltschaft müsste sofort die Ermittlungen aufnehmen. Das sind ja unsere Behörden und die machen das nicht, weil im Justizministerium der Oberstaatsanwalt sagt, wenn der Herr Kurz zurücktritt, Ruhe. Und wenn die WKStA eine Anklage erheben will, gibt es dann den Weißen Rat, der ist wieder von der ÖVP besetzt, mehrheitlich. Und dann wird das wieder zurückgeschickt und sagt, WKStA, auch wenn du 300.000 Seiten lieferst, das ist kein Verdachtsfall. Das heißt, die Regierenden haben sich über viele Jahrzehnte ihren Schutzwall aufgebaut und das Einzige, was ein Politiker macht, der tritt zurück, der Herr Anschober tritt zurück, hat viele Menschen beeinträchtigt, manche sind daran gestorben an diesen Aktionen, was er gemacht hat. Und er schreibt ein Buch und sagt, ich bin so arm, komm zu mir, kauf dein Buch. Also ich habe das nicht erfahren, wann dieser Vortrag ist, aber ich wäre dort hingefahren, wie ich habe den Herrn Anschober angezeigt und er hat ganz grobe Verstöße gemacht. Also die Verfassung würde das aussagen, das Rechtssystem ist geblockt über die Regierungen und dadurch würde das Rechtssystem normal greifen, aber die Regierenden haben einen Schutzschirm drüber gehängt. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, das ist ja nicht von gestern auf heute passiert oder vor einer Woche oder vor zwei Monaten, es ist ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg, sind ja die Ministerien sozusagen eingefärbt worden. Was glaubst du, wie schnell würde es gehen oder ist es möglich, dass man dieses System wieder entparteisiert sozusagen, dass das wirklich wieder dem Bürger dient, die Ministerien, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft etc. Wie lange würde es dauern, dass diese Systeme wieder wirklich dem Bürger dienen? Also das Einfachste ist, wenn in einem Ministerium ein Parteibuchverbot entstehen würde, dann ist die Sache recht schnell weg. Gibt es immer noch ein Parteibuch? Es gibt einen Parteibuchzwang. Zwang. Das sagt nicht nichts, sondern es sagen die Mitarbeiter, die sich dann dort engagieren, beziehungsweise in der mittleren Management ist es verpflichtend. Der nächste Punkt ist bei den Bürgermeistern, ist ein Parteibuchzwangvorschrift. Also wenn ich jetzt schaffe, dass ich einen souveränen Bürgermeister bekomme, der unabhängig von Landeshauptmann, also wir sind in Oberösterreich, wenn der Stelzer jetzt Druck macht, kann ein souveräner Bürgermeister der Gemeinde sagen, Herr Stelzer, es ist nett, dass Sie Druck machen. Ich kriege ein Budget, das ist mir gesetzlich zugesichert, ich hebe Steuern ein und ich diene den Bürgern. Also diese souveränen Strukturen hängen immer an der Machthaberei der Parteien. Und das ist der erste Schritt. Zeitmäßig würde ich das sagen zwischen einer bis zwei Legislaturperioden, also vier bis acht Jahre müssen wir rechnen, dass sich merklich was verbessert. Und da dürfen wir mitwirken. Und weil du gesprochen hast, Politikverdrossenheit, also bei meinen Seminaren, und bei meinen Workshops, wir erarbeiten das wie die Detektive. Wir gehen auf die Suche, was sagt Nehammer und wie können wir es widerlegen. Und das macht einen Ressenspaß und da lade ich jeden herzlich ein, da mitzuwirken. Also zwei Legislaturperioden könnte es dauern, bis da dementsprechend ein neues, frischer Wind, sagen wir so. Es wird ja damit gerechnet, dass wir nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, manche haben sogar schon von heuer gesprochen, Nationalratswahlen haben werden. Bundespräsidentschaftswahlen sind ja heuer. Aber Nationalratswahlen wären möglicherweise nächstes Jahr 2023, Anfang 2023 möglich. Ist bis dorthin schon eine neue, souveräne Bewegung dann tätig? Was glaubst du? Also wenn ich den Bürgern trauen kann, die ich treffe bei meinen Reisen, souverän an Tour, ich bin ja in der Woche zwei, dreimal bei den Leuten draußen und spreche mit denen und erkläre ihnen, warum sie souverän werden sollen, dann bin ich der Meinung, dass die Nationalratswahlen schlechter ausfallen werden für viele Strukturen. Der andere Punkt ist auch noch, dass man verstehen darf, die Leute, weil du sagst souverän, sie beginnen jetzt zu suchen und sie werden natürlich auch eine Lösung bieten. Also was wird passieren? Es gibt nur zwei Thesen. Entweder es passiert die Bundespräsidentenwahl, hierzu stellen wir ja einen souveränen Kandidaten, oder sie wird verschoben und wir haben Neuwahlen. Und wenn Neuwahlen kommen, kann ich prognostizieren, es wird so in Deutschland abgehen, wir werden immer noch die Grünen drin haben, die SPÖ drin haben und eine Beteiligung, schätze ich mal, von der Nähe aus. Es wird eine linksliberale, so nennen sie sich, Partei. Und es ist schon vorbereitet alles. Also die Wahlstrukturen, was wir machen, ist nett, aber das Konstrukt, man hat es in Deutschland gesehen, man glaubt nicht, dass man eine linke Partei in die Regierung bekommt und das hat man alles bekommen. Gibt es von deiner Seite noch einen letzten Appell an die Bevölkerung? Ja, letzter Appell, beschäftigt euch mit der Politik, mit dem Wahlverhalten und geht wählen, aber mit bewusster Wahl. Ich muss wissen, wenn ich mein Kreuz setze, warum ich das dort setze. Und wenn ich eine setze, dann muss man auch wissen, dass man aufhört zum Sudern sozusagen. Ja, das ist alles schlecht. Ich gebe meine Verantwortung ab. Wenn ich das will, dann gehe ich wählen. Und wenn ich die Verantwortung behalten will, mache ich zwei Kreuze, nämlich bei ÖVP und SPÖ, so würde ich immer wählen oder FPÖ dazu oder alle drei oder ich schreibe meinen Namen auch dazu. Haslauer, Konstantin, mache ein Kreuz, ist ungültig. So, dann verhindere ich meine Stimme und wirke an der Basis in der Gemeinde mit. Das ist die Empfehlung. Die österreichische Verfassung. Im Ausland spricht man von einem Wunder. Das ist das Thema unserer nächsten Sendung. Ganz kurz, was wird die Zuseher erwarten? Naja, ich spreche vielleicht von Heimatkunde, von Wiederaufleben des Verständnisses zu unserem wichtigsten Papier. Das ist die Verfassung. Und ich würde das so nennen, es ist unser Verteidigungspotenzial. Wenn ich weiß, was in der Verfassung steht, kann der Herr Nehammer keine flotten Sprüche mehr bringen. So würde ich es machen. Es wird wieder spannend, es wird wieder spannend. Danke Konstantin, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Wahrheit mit Klarheit. Ein Souverän, sprich Klartext. Untertitelung des ZDF für funk, 2017